Aber das müsstest doch da drinstehen, in Steam müsstest es sehen. Steam ist die normale Version, also die, die ihr auch habt, normale. Ich hab schon wieder das Fuchsschwanzduft hier sind, oh, wieso krieg ich das immer? Ey, gerade hatten wir Mike, gerade hatten wir, äh, äh, das sind, ich hab rausgefunden, was es ist. Freddy Krüger, ne, als Gegner, der hat uns so zerlegt, aber in einem Tempo, ne, das war abartig, das war echt abartig. Der, der ist unsichtbar, aber nicht so wie der Geist, sondern, man sieht den einfach nicht und der taucht vorhin auf. Der Geist, der muss ja erstmal seine Klocke läuten, aber der, der kann einen direkt killen. Ja, der, der kann dafür sorgen, dass du zum Beispiel gegen die Wand läufst. Oh, wer ist bei mir, bist du das? Hast du ein Köfferchen? Ja, ja. Ich hab keinen Köfferchen, aber irgendwie war ich es auch bei mir. Oh, ist das? Hallo? Ne, ne, ich werd da nicht rangehen, was ist das? Der geht gar nicht. Auf jeden Fall hab ich rausgefunden, was es eben war, und zwar sind es die Opfergaben. Jeder kann ja am Anfang welche einstellen, und die stehen. Keinste, äh, will noch. Und was soll ich da auch? Ach, wir haben die Spuckerinnen. Äh, ja, ja. Oh, ne, oder? Schiss, Kretze. Gut, die hab ich ja schon mal ein bisschen ausgedrückt. Ah, da hinten ist ein Generator. Wenn du gerade aus die Wand entlangläufst. Ne, ich lauf dir nicht mehr. Hier ist aber auch irgendwas. Feuer. Und das Ding. Äh, es sind ja alle Generatoren im Spiel. Äh? Was hat das? Kann nichts machen. Also, die machen nichts, aber man kann auch nichts. Da hinten ist doch gerade irgendjemand aufgehangen. Ah, ne, aufgehangen nicht. Ah, die. Ja, X-19. Hier ist ein Blutbrunnen, aber der ist schon rot, ne? Fuck. Ah, hier drin wird ein Ding gemacht. Was ist die? Oh, die ist bei mir. Die kommt aber jetzt wieder raus. Ja, die hat den Generator beschleimt. Kann man da trotzdem was mitmachen, oder ist das dann wirklich... Ich probier's mal. Ich kann mich ja heilen. Hey, die kommt schon wieder. Wo? Wo bist du denn? Achtung, die kommt. Ich seh's nicht. Wo? Ich hör sie. Die ist hier von meiner Seite aus. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Geh weg, die spuckt dich an. Die ist nicht hinter mir. Nein, hinter dir doch nicht. Ja, wieso schreist du mich da die ganze Zeit an? Boah, ich verlass mich hier vorhin drauf. Ach, da drin ist die. Hier konnte ich nicht entkommen. Hilfe. Aua. Ah, fuck, der eine ist gestorben. Ich war gerade auf dem Weg dahin. Ach, du bist das, Mann. Ist die noch bei dir? Ne, Nils hat sie aufgehangen, oder wie? Hat sie aufgehangen? Ja. Die kommt zu mir gerade. Bist du drin oder draußen? Ich bin draußen. Scheiße, die ist hinter mir her. Ja, dann lenkt die ab. Ich versuche nie zu holen. Ist das ja dieses Sording? Ich muss gleich kämpfen. Ach, da hinten bist du ja geil. Du bist in der Nähe. Ja. Oh, 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 oh. Achtung. Scheiße. Ah, fuck, ich hätte nicht gesehen. Renn weg, renn weg. Ist sie bei euch? Scheiße, ich kann mich nicht heilen. Klar. Ist sie bei euch? Die war eben noch hinter mir, aber... Ach, der eine ist schon tot. Noch irgendwo so ein scheiß Blutbrunnen. Aber der war rot, hier. Hat die den jetzt schon verseucht, oder was? Hilfe. Oh, fuck. Wieder verbrot. Aufgehangen? Noch nicht, aber gleich. Ne, der ist direkt bei mir. Nein, und jetzt hat sie mich auch gesehen. Kann ich bei dir sein? Die hat nämlich gerade aufgehangen. Ja, aber ich hab... Och, nee, jetzt. Ich bin direkt neben dir und hab den scheiß Dings gemacht. Was ist los? Ja, sie hat nicht. Kriegst du mich noch? Ich krieg hier nirgendwo so'n scheiß Blutbrunnen. Wie, du bist tot. Ich dachte, du... Achso, du musst... Du hast dann hier vorbeigezogen. Ja, ich bin auch tot. Ich bin... Oh, da sind die Weißen die Blutbrunnen, ja. Die Weißen sind die Dings nicht gemacht. Boah, nehm den bloß nicht an. Boah, ich bin am Kotzen. Ich versuch zu dir zu kommen. Ist sie bei dir? Hier ist auf jeden Fall Musik. Hier ist auf jeden Fall direkt ein Brunnen. Ja, ich hab schon. Ich hab's ausgekotzt. Aber die wird hier in der Nähe bleiben, weil ich bin der Einzel, der hängt und du kannst mich, wenn du hier retten, oder am besten, dass du machst lieber einen Generator. Ja, ich geh direkt neben dir. Die Generatoren sind so komisch gespürt. Hier, ähm... Heiligen am besten, sonst sieht sie ihn wieder. Ja, ich wollte sie gerade trinken, aber das geht nicht. Der muss erst mal trinken. Ne, geht nicht. Ne, 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 ich muss erst geheilt werden. Scheiße. Doch, du musst erst trinken, bevor du geheilt werden kannst. Warte, warte, warte. Ja, aber ich kann's nicht trinken. Ich hab geblutet sowieso und sonst was. Ich hab nicht gesehen. Äh, die kommt, Papa. Sie kommt zu dir. Wieso sieht die mich immer, ey? Ach so, weil ich blute, ne? Hm. Ja. Ach komm, leck mich am Arsch, ey. Das ist doch scheiße, ey. Jetzt bist du aber instant, oder? Ja, ja. Scheiße, hier war doch irgendwo ein Generator. Links. Ne, ne, da links. Ja, aber das ist kaputt, oder? Auf jeden Fall nicht brauchbar. Ja, jetzt nicht mehr. Soll. Ja, jetzt nicht mehr. Oh, zack, 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 zack. Das ist sie. Hinter dir. Ja. Die läuft jetzt bestimmt hier rum und bekotzt jetzt die ganzen Generatoren. Generatoren. Wäre jetzt zumindest das cleverste, was sie machen könnte. Solange die da ist. Ja, was noch cleverer wäre eigentlich, ist, wenn sie einen noch lässt und dann guckt, wohin du bist. Ja, sie ist ja da in der Nähe, also irgendwie... Ohne Glück wird das echt schwer. Ja, das war so klar. Ja, und kriegst du da wirklich Schaden oder was? Ja, ich bin dann vergiftet, dann kann sie mich direkt sehen. Ja. Wo kommt dieser scheiß Vogel jetzt her? Ja. Weil du AFK bist, du darfst nicht einfach nur da rumstehen. Ich bin nicht AFK, ich hock hier. Ja, das ist AFK. Ja, du musst in Bewegung bleiben. Sind die jetzt weg? Ja, ja, die sind dann weg. Jawohl. Was ist das denn? Ein Totem. Ja. Hä? Dadurch kriegst du Blutpunkte. Und da ich wahrscheinlich eh nicht rauskomme, versuche ich da wenigstens noch ein paar Punkte einzusammeln hier. Hä? Da sind immer 5, glaube ich, auf der Map verteilt. Und ein besonderer. Ja, einer der leuchtet. Äh, Gis, das kannst du auch noch holen. Ich mein, ich brauch die Blutpunkte. Den hat er jetzt ange... Ist das jetzt weg? Ne, du musst es nehmen. Du hast es nicht genommen. Ne, ich mein, äh, die Kotze da. Die, die Kiste musst du nehmen. Ja. Ja. Die wird wahrscheinlich, äh, Runde machen, bis, äh, sie da wieder angesagt ist. Ne, ne, stopp. Weg da. Äh, du musst rechts, äh, rechte Maustaste machen. Du kannst das Kit benutzen. Ne, die stell dich nur mal in. Aber nimm, mach die rechte Maustaste. Was denn jetzt? Weg da? Also ne, aber sieh, ich stell den Kontrollen. Da steht in zwei Tasten. Und zwar kannst du das Kit auch benutzen. Ne, jetzt schmecken da halt. Hab ich jetzt gefallen? Ich hab jetzt links gedrückt und rechts. Wie, also. Ne, du musst dir nur die eine Tasten klicken. Weil das Kit macht zusammen viel schneller. Das bringt das gar nix. Das hab ich auch vorhin vorausgefunden noch. Toll, dann hab ich die mal völlig umsonst dabei, gell? Ja, ich auch. Das sieht so aus, als würdest du... Oh, der ist kaputt komplett, glaub ich. Den brauchst du gar nicht mehr probieren. Den kann gar nicht komplett kaputt, oder? Ich glaub, wenn der so zerfetzt, äh, weiß ich nicht. Oh, sie, ne, sie hat ihn schon wieder gesprüht. Äh, Achtung, sie kommt. So blöd bin ich nicht. So blöd bin ich nicht. Ich hab's nicht gesehen wo sie ihn ist. Oh ja, ne. Okay, okay. Geh weg! Guck mal an dem Generator. Da müssten jetzt 2 Tassen vorgeschlagen werden, oder? Und du darfst nur die eine mit dem Kitt drunter. Alles hier, da. Nee, ich will auch nicht an den Generator. Ich will aber auch nicht von dir erwischt werden. Ich war jetzt schon so oft so knapp, ey. Ist jetzt nach rechts oder nach links gegangen? Das sehe ich nicht. Gibt es auch einen Timeout bei dem Spiel, wenn du da zu lange drin bist? Nee, noch nicht. Da hinten noch, also... Oh Leute! Mein Herz! Was? Ja, wo ist die? War die nicht eben hinter dir? Ich sag das nicht. Das ist ein geiles Spiel. Die ist auch deine zweite Taste, oder? Mit der du sonst Hand ausführst. Ja, die linke soll ich wohl benutzen. Weil, nee, das ist zu langsam. Das geht... Das ist Standard, nee. Und du bist der? Nein! Wieso macht die das nicht? Ey! Ist die scheiße, oder was? Wieso macht die das nicht? Ah, zu blöd, um da hinzulaufen. Das ist ein Ehrlich. Nö. Da holen wir natürlich nicht. Hast du Ruhe? Fast, fast bis du runterkommst. Aber du bist noch nicht drauf. Vielleicht... Du schaffst es. Ja! Geh weg! Lauf schnell! Lauf zum Brunnen! Da hinten! In der Nähnchen! Lauf zum Brunnen! Toll! Wenn du rennst, haben sie sich einfacher verfolgt. Ja, ich weiß. Aber das Problem ist, dass du mich auch so fühlst. Ich sehe überhaupt nichts. Ah, da ist sie doch schon. Die sind wirklich blind, ey. Hä? Wieso hat die mich nicht gesehen? Oh, da ist sie! Sieht dich! Sollts rausgehen! Die winkt dir! Hä? Da ist der Brunnen! Boing! Die will dich glaube ich nicht töten. Nene! Scheiße, jetzt hat sie mich aber gesehen. Die will dich nicht töten! Warte doch mal! Warte doch mal! Die will mich töten! Sonst wird sie ja nicht hinterher sein! Nein! Das ist ja der Killer! Ja, ich will es aber nicht! Die will dich! Die solltest du in den Brunnen nehmen! Und solltest du dich heilen und rausgehen! Die hat wahrscheinlich die Kiste! Da hinten in der Ecke ist er... Wahrscheinlich der Flucht nicht! Ich glaube der Killer kann das auch aufmachen, oder? Da ist ein Brunnen in der Ecke! Da ist ein Brunnen in der Ecke! Nimm den! Nimm den! Die wartet! Du sollst gehen dann! Geh! Du sollst gehen! Ja, aber irgendwie verstehe ich das ja grad nicht! Aber wohin sollst du gehen? Das weiß ich nicht! Frag sie mal! Schreib mal in den Chef! Ja genau! Die wird dann wahrscheinlich sagen, Oh, die ist so fertig! Die bleibt noch nicht mehr, als sie so abbauen soll! Ja, woher soll ich das denn wissen? Ach, keine echte Falltür! Aber die ist nicht da! Aber wo ist die Falltür? Ja, da musst du mal gucken! Warte mal auf sie! Die zeigt dir! Ich glaube, die weiß, wo die Falltür ist! Seht ihr? Die winkt doch! Die winkt dir doch! Die winkt mir nicht! Doch! Mann! Die hat doch die Richtung gezeigt! Ja, das ist wenn die schlägt! Dann zeigt die so die Richtung! Nein! Bleib doch mal stehen! Die hat extrem wichtig! Guck dir mal an, was ich mache! Bleib doch mal stehen! Die greift dich nicht an! Ja, jetzt greift sie dich an! Ich glaube, jetzt wird sie dich killen! Ja, das hast du jetzt... Mal kacken! Aua! Waaah! Nein! Ich will nicht zum Haken! Nein! Ich will nicht zum Haken! Ah! Fuck! Ich laufe voll vom Baum! Ja, bei dir auch! Nein! Lass mich doch zum Palette! Nein, du bist jetzt. Mal gucken, was du machst. Warte mal, mal gucken, was du machst. Die trägt dich wahrscheinlich jetzt dahin. Die trägt dich jetzt dahin. Ja, aber ich hab ja keine Klappe. Nein, die hält sich schon. Ja, sie hat die Klappe. Guck da. Werde ich mal, dass du runterkommst. Ich bin hier. Boah, ich bin am kotzen. Ernsthaft? Die will jetzt, dass ich kurz davor bin und dann macht sie mich kaputt. Wetten? Nein. Die denkt sich auch, oh Gott, jetzt kriegt sie das Ding noch nicht mal repariert. Ich bin gerade so in Panik, weil ich denke, das ist so ein total... Och Mann, das war so knapp. Die lacht schon, sieht er das? Diese Welt ist hier einfach freigelassen. Das kann doch nicht sein. Der kotzt mich jetzt aber nicht noch mal an. Doch, die kotzt dich wahrscheinlich an, wenn du gerade fertig bist. Ja, denke ich mal. Nimm doch mal den besseren Perk. Du hast doch... Ja, hab ich nicht mehr in der Hand, oder? Aber der zeigt es bei dir an, was die Kiste noch hast. Was machen die da? Weil ich finde hier keinen Ausgang. Ja, ich glaube, nein. Wenn einer von den Generatoren wahrscheinlich jetzt gemacht ist, dann kann sie wahrscheinlich die Klappe öffnen. Oder dann gibt es die Klappe. Ja, sie nicht. Ich... Ja... Ich verwirr mich hier total. Komm, du hast gesagt, du magst es. Oh nee, komm, das war jetzt so kurz davor. Du kannst dich unter Druck arbeiten. Jetzt kann ich. Du benutzt dieses Pack nicht. Das wird so viel schneller gehen. Diese scheiß Musik macht mich so nervös. Jetzt habe ich schon zweimal drauf. Soll ich jetzt gleich stehen bleiben und hier angucken? Vielleicht kann ich mir sagen, wo die Feintür ist. Die Schultern müsste man so zupfen. Sieht dir mir so aus wie so eine Überseherin und du bist so alles klar, wenn du da arbeiten musst. Ja, sie will mich anspucken, sobald ich fertig bin. Scheiße. Och nee, ne? Doch. Ja, warte mal, die... Du brauchst noch einen zweiten, dann kannst du reinkommen. Da. Hier? Ist keiner. Nein, zweiten, da. Ist doch noch ein Generator. Wo denn? Nee, da. Ach so, da. Da sind zwei Tasten, zwei Tasten. Nimm die andere Taste. Ne, ich habe jetzt... Ach, scheiße, Mann. Ich habe wirklich weniger. Ja, ich habe jetzt beide gedrückt. Du bist voll vergiftet. Ja, ich sterbe wahrscheinlich vorher. Ja, du kannst ja im Gift nicht sterben, nur wenn er hängt. Ja, ich habe es mal geschafft. Seht ihr das eigentlich, wenn ich das geschafft habe? Ja. Also seht ihr, was ich sehe, oder seht ihr nur, wie ich laufe, sage ich jetzt mal? Wir sehen, was du siehst hier gerade. Boah, diese Musik macht mich wahnsinnig, ne? Boah, diese Musik macht mich wahnsinnig, ne? Vielleicht ist das irgendjemand. Oh, scheiße. Vielleicht ist das irgendjemand, der mich mal gesehen hat auf dem Channel und sich jetzt denkt, boah, die Arme, die hat noch nie gewonnen. Oder die will mich nachher wirklich killen, kurz bevor ich rausgehe, ne? Dann raste ich auch jetzt. Ja, das wäre echt krass jetzt. Auf jeden Fall nach zwei Dingen... Kann sie aber nicht, wenn du dich voll heilst. Ja, es geht alles. Ne, du hast genug Zeit in der Zeit, in der sie dich haut. Wenn sie dir vorher die Lupe zeigt. Du denkst jetzt wahrscheinlich auch, ey, das dauert so lange hier. Mach mal hin. Ey, du benutzt das Kit nicht. Ich frage mich warum. Doch, ich hab das heute gerade benutzt. Ne, ne, das ist viel zu langer für das Kit. Guck mal, die kriegt das Kotzen. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie die Falltour ist. Ja, jetzt die Falltour ist. Ja, jetzt die Falltour ist. Guckst du dir an? Boah, das war so klar. Ne, die nimmt dich mit, die bringt dich dahin. Oder sie hängt dich jetzt auf. Das wäre das Geilste. Scheintlich. Aber woher? Da ist die Falltour. Ach da, okay. Ja, ich bin mich ja schon am wehren. Aber woher weiß die, wo die Falltour ist? Ja gut, wenn die natürlich immer an der gleichen Stelle ist, ne? Jetzt muss ich sagen, wieso werdet ihr immer da durchgelassen? Ja, das ist mein erstes Ball, das ich gewonnen hab. Also, Unwähl wird nie so einfach da durchgelassen. Ich hab zweimal so hart gekämpft und hab nichts dafür gekriegt. Oh mein Gott! Und nur 4.000 Dinger, das ist der Hund, der bezahlt wird. Also, ich sag's mal so, das war jetzt vom Spaßfaktor irgendwie die beste Episode ever. Der freundlichste Killer überhaupt. So wird die Überschrift lauten. Genau, mir tut dermaßen meine linke Handfeine von diesen ganzen Mitteln. Oh mein Gott! Wahrscheinlich hätte die gedacht, das geht schneller, wenn ich der das zeige. Obwohl, die hat auch. Ja, die hätte dich ja killen können einfach, ne? Aber hat schon einige Pills. Oh mein Gott, ich muss mal ein Update machen. Mein Puls ist gerade so. Vor allem diese scheiß Musik, weißt du? Du denkst, naja, du kannst den Killer nicht einschätzen, ne? Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite. Diese Musik, die dich die ganze Zeit aufpusht, dass du falsch drückst und alles, ne? Das ist abartig. Ja.